Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmatTV. Cool, dass ihr hier seid und Bock habt zuzuschauen, wie man am besten gegen einen Spieler mit 2000 auf Leechers spielt. Unser Gegner hat 1997 und deshalb dachte ich mir, kann man das auch mal gut als 2000 durchgehen lassen und wir spielen möglichst präzise eine Partie Schach am Brett D4, D5, Springer F3, Läufer F5. Dazu gab es schon so viele Fragen, wo mich Schüler gefragt haben, du empfiehlst hier immer Kohle Zuckertort, aber was mache ich denn, wenn der Gegner den Läufer rausschillt aus der Bauernkette? Und dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht. Klare Antwort lautet auf diese Frage C4. Wir wollen C4 spielen, dann landen wir hier in Übergängen zu anderen Systemen, gerade zu D4, D5, C4, C6, Springer F3 und Läufer F5. Und Läufer F5 ist in diesen Stellungen einfach kein so ein toller Zug, denn wir haben sehr gute Kontrolle hier aufs Zentrum und jetzt, wenn direkt E6 kommt, sonst hätten wir damit B3 gespielt, haben wir sogar den Luxus gleich zu versuchen, den Läufer abzutauschen. Hier spiele ich an dem Punkt direkt den Zug E3. Sperr meinen Läufer aus, sieht ja ganz schlimm aus, weiß ich, aber sieht nur so aus. Also der wird noch zum Leben erwachen, vielleicht auf B3, vielleicht auf A3. Und wir drohen gerade, also nach einer Springerentwicklung, hier den Läufer ganz entspannt abzutauschen gegen einen Springer. Und dann hat es sich für Schwarz nicht gelohnt. Und wenn Schwarz hier jetzt abwartet, warten wir auch. Läufer E2, irgendwann wird Springer 6 kommen müssen oder das Tempo H6. Und in jedem Fall freuen wir uns, denke ich, entweder über die Zeit, die H6 gekostet hat. Okay, Springer F6, jetzt spiele ich Springer H4. Läufer G6 wird wahrscheinlich kommen und Schwarz, also diese Struktur hier ist relativ bekannt. Also hier könnte man auch gut nehmen, Bauer schlägt. H2 sieht gefährlich aus, dann spiele ich aber H3 und aktuell wird da noch nicht so viel passieren. Wir können aber auch, also die Stellung ganz anders spielen. Wir können auch einfach mal nehmen, die Stellung ein wenig öffnen, das Spiel auf einen anderen Flügel verlegen und Schwarz fragen, wie willst du nehmen? Wenn du mit dem E-Bauer nimmst, haben wir eine Karlsbader Struktur, dann werde ich hier mal direkt einen Minoritätsangriff hochfahren. Mhm. Okay, natürlich müssen wir, dafür nicht zu schematisch denken, aber tendenziell ist hier schon relativ viel ziemlich gut gelaufen, weil wir bereiten unseren Minoritätsangriff vor und wir wollen auf jeden Fall noch auf G6 nehmen, das ist keine Frage. Nach kurzer Hochhade am liebsten, dann ist die H-Linie nicht geöffnet. Gut, jetzt sind wir in der Karlsbader Struktur, das bedeutet Schwarz möchte auch sehr gerne am Königsflügel angreifen, schon von Haus auf, das ist der richtige Plan, denn gegen den Minoritätsangriff kann man sehr wenig machen. Maximal A5, sagt man das so, die beste Verteidigung gegen den Minoritätsangriff, aber wir werden damit wahrscheinlich, oh, hier hängt H2, werden wahrscheinlich mit dem Minoritätsangriff hier ganz gut durchkommen. Vor allen Dingen, jetzt steht die Dame noch auf der C-Linie und kommt Turm C1, aber hier müssen wir uns natürlich drum kümmern, um die Drohung auf H2. Typischer Zug wäre G3, die Sache ist nur die, wenn wir tauschen, tauschen. Könnte das hier ein bisschen Schwächen geben, überlege gerade, ob wir G3 oder H3 spielen, wirklich keine zu leichte Frage. Ich spiele G3 in dieser Stellung, passt ganz gut ins System. Wir tauschen nämlich den weißfeldrigen Läufer ab, deswegen werte ich die weißfeldrigen Schwächen hier am Königsflügel mal als nicht zu stark. Und auch wenn diese Stellung vielleicht aus der, also ein Angriffsspieler wählt hier lieber schwarz, das ist klar, aber wir holen uns, okay, in dem Fall vielleicht auch mit Sprenger E4 das Läuferpaar. Okay, nehme ich eigentlich direkt, oder? Droht ehrlich gesagt noch nichts. Wir müssen hier noch uns nicht beeilen mit dem Nehmen. G5 spielen den Springer G7. Okay, ich spiele den Zug B4 und weil der Läufer läuft mir nicht davon. Also ich brauche einfach nur diesen Läufer. Und okay, ich hätte vielleicht nehmen können und Springer F4 spielen können, wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber so ist es schon in Ordnung. Der Springer auf F4 hat jetzt, da hat sich G3 gelohnt, ein Rückzugsfeld. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ist, wir haben hier einfach das Läuferpaar in einer ziemlich offenen Stellung und das ist angenehm. Okay, G5. Jetzt Variante 1, wir spielen einfach Springer G2. Variante 2, wir tauschen einmal. Springer oder Bauer schlägt zurück und spielen Springer F5. Springer F5 sieht sehr attraktiv aus. Ich denke mal, das wird Läufer F8 kommen. Schwarz will wahrscheinlich nicht beide Läufer verlieren. Das Problem ist, nach Läufer F8 weiß ich nicht, was macht der Springer hier eigentlich. Und deshalb ziehe ich den direkt nach G2 zurück. Gibt meinem Gegner auch die Möglichkeit, oder Gegnerin hier einfach mit dem Läufer rauszutauschen. Dann steht unser König auf G2. Und also, wie gesagt, gleich gibt es keinen weißfelderigen Läufer mehr von Schwarz. Und dann sind die Schwächen hier, glaube ich, nicht zu bedeutend. Und Schwarz muss also aufpassen, weil wir sind hier auch relativ schnell. Okay, Läufer G6 ist jetzt ein bisschen doof. Hätte ich direkt den Läufer nehmen sollen, habe ich ein bisschen übersehen, dass der sich jetzt einfach hier wieder zurückzieht. Ja, es ist wirklich doof gelaufen, aber für uns jetzt nicht zu relevant. Wir spielen einfach unseren Plan weiter hier. Also, es ist schon relevant. Hätte man nehmen sollen, denke ich. Wobei, ist jetzt auch kein Monster der Läufer. Aber den wollte ich haben. So, habe ich ein bisschen doof gespielt. Hätte immer noch sehen können, dass er zurückgeht. Ich war aber schon so fokussiert, hier diese Minoritätsangriffsideen zu rechnen. Auch schöner Aspekt, dieser Läufer, habe ich ja vorhin schon gesagt, B2 oder A3. Den kriegen wir jetzt wahrscheinlich nach A3 und können den dann gegen den Monsterläufer von Schwarz abtauschen. Warum Monsterläufer? Weil, ich muss kurz überlegen, weil hier stehen die Bauern auf weiß und der schwarzfeldrige Läufer zielt hier auch direkt bei uns rein. Deswegen ist der relativ gut. Okay, H5, wir müssen uns immer fragen, was will unser Gegner oder Gegnerin? Ich denke mal, ich habe auf jeden Fall H4 spielen. Ist H4 eine Drohung? Also, wir können stehen lassen. Ich glaube, es passiert noch nicht so viel. Vorbeiziehen auch nicht. Blockieren sollte Schwarz nicht. Angreifen bedeutet eigentlich immer Linien öffnen. Okay, also ich habe nicht zu sehr Angst vor H4. Schlagen, schlagen. Läuferopfer. Auch interessant. Bauer schlägt, Damen schlägt. Könnte sein, dass es reicht. Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein hier. F4 hätten wir als Verteidigungsressource. Aber der Zug, den ich zuerst rechne, ist hier der Zug E4. E4 droht eine Gabel. Also E4 wird auch wahrscheinlich genommen. Sagen wir Bauer oder Springer schlägt. Springer schlägt, tausche wir aber raus. Und dann Läufer schlägt, G5. Sieht so aus, als ob das dem Angriff von Schwarz hier ein bisschen den Zahn zieht, wenn wir einfach diesen Bauern hier rausnehmen. Wir spielen jetzt verschiedene Pläne durcheinander. Das ist eher eine schlechte Sache. Aber, ja, ich habe einen sicheren König. Schwarz muss noch rochieren. Ob Schwarz dahin rochieren will, weiß ich nicht. Hierhin wohl eher nicht. Also könnte man auch überlegen. Aber nach dem Tausch öffnen sich Linien. Und allein aus den genannten Perspektiven habe ich eigentlich Lust, wenn sich die Stellung weiter öffnet. Wir haben einfach einen sicheren König. Der Springer kriegt übrigens auf E3 mal wieder ein sehr gutes Feld. Genau, wir haben jetzt auch H4 verhindert, dadurch, dass der Läufer auf G5 geschlagen hat. Spannende Stellung. Aber ich bin zufrieden mit Weiß, weil wir einfach hier schon angesetzt haben. Und der schwarze Angriff, der geht hier nicht durch. Vom Gefühl her. Wenn ihr das, was ich mache, cool findet, dann bitte tut mir einfach den Gefallen. Drückt auf Like. Abonniert den Kanal. Kommentiert. Ich möchte hier mehr auf die Kommentare drauf antworten. Und ich habe heute einen Dreh für eine sehr, sehr coole neue Videoserie. Ich glaube, ihr könnt euch freuen. Springer G4. Sehe ich nicht. Was die Idee ist, also tauschen, tauschen, Dame schlägt. Ist also ein glattes Bauernopfer. Von einem wichtigen Bauern. Okay, es öffnet sich eine Linie. Also erstmal, wir müssten hier eigentlich gar nichts machen. Wir könnten zum Beispiel tauschen, D5 spielen. Das sieht nicht schlecht aus. Aber also, wenn ich einen Bauernopfer sehe, das ich für nicht so korrekt halte, dann rechne ich natürlich. Weil mit einem Bauernmeer habe ich einen fetten Vorteil. Schlägt, schlägt, Dame schlägt. Ist die Dame gefangen nach Läufer H5? Läufer H5. Okay, die hat wenig Felder. Sagen wir Dame. Ah, Dame schlägt E4. E4 Schacht. Das ist ein sehr gutes Feld. Da nehme ich raus. Bauer schlägt. Dame schlägt. F5 auch nicht so gefährlich, weil das Feld F4 sehr gut durch Springer, Läufer und Bauer kontrolliert ist. Dame auch, aber die muss ziehen nach F5. Was kann Schwarz machen? Läufer F5, Dame E2. Wer will Druck auf E4 behalten? Und Schwarz kann gerade nicht mal lang ruchieren wegen dieses Läufers. Und will auch nicht schwarz ruchieren wegen diesem Tauschen. Zum Beispiel dann mal Turm B1 als Idee oder Turm C1. Schwierige Stellung. Also Schwarz hat sich hier, hat alles Pulver, was er oder sie hatte, direkt rausgehauen. Und ja, wir haben uns gut fertig entwickelt. Nur die Türme sind noch nicht so stark. Aber sonst, alle Figuren und Brett erfüllen gute Zwecke. Auch der Springer auf G2 bitte nicht unterschätzen. Der ist gerade eine ziemlich starke Verteidigungsfigur. Wobei mir auch mal gesagt wurde, dass hier diese 4 Kettofelder für Springer eigentlich grauenhaft sind. Aber in dem Fall glaube ich nicht, wenn man verteidigt. Okay, Turm G8. Sieht gefährlich aus, weil es irgendwie eine Linie mit Dame und Läufer ist. Aber was ist der Zug, den wir zuerst rechnen? Genau, Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge. Der ist natürlich nichts. Der hier ist Bauer, aber ist noch nicht forcierend. Aber das hier, was mich mehr interessiert, ist Springer schlägt E4. Aufläufer schlägt nehmen wir mit Schach. Das ist eine super Stellung, muss ich nicht weiterrechnen. Springer schlägt. Was gibt es noch so für Optionen? Schwarz hat keine guten Schach- und Schlagzüge. Hat Schwarz Drohzüge. Irgendwie alle nicht so krass. Deswegen spiele ich hier Springer E4. Nicht nur wegen des Bauerns, sondern auch wegen dem Läufer, der hier rumhängt. Oder nicht hängt, aber ist eine super starke Figur. Wenn ich den Tausch komme, ich direkt mit dem Turm auf die E-Linie. Setz wahrscheinlich, okay, okay, okay. Nicht matt, aber Schach geben und jetzt könnte matt werden. Oder auf jeden Fall Materialverlust. Also wir schlagen mit Schach. Damenschlägt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ich gebe auf jeden Fall einen Schach auf der E-Linie. Ist mit dem Turm oder mit der Dame? Ich will natürlich mit dem Turm, um den Turm ins Spiel zu bringen. Wenn es mit der Dame aber noch stärker ist, also aus taktischen Gründen muss ich die Dame nehmen. Also rechnen wir zuerst mit der Dame. Schach geben. König hat zwei Felder. Diese zwei Felder. Sagen wir mal, F7 halte ich jetzt für stärker. Auf den ersten Blick sehe ich dann irgendwas Starkes. Nicht auf Anhieb, deswegen nehme ich den Turm. Hier kommt zum Beispiel auf König F7 Turm E7. Turm E7 sieht schon übel aus. Der König muss dann nach F8. Dann sehe ich zwar nicht direkt irgendeinen Gewinn, aber hier reinstellen tue ich den trotzdem. Oh, Damenschlägt übersehen. Oh, Damenschlägt wäre krass gewesen. Okay. Und wir spielen Dame H4. Dame H4 mit der Idee Dame H6 matt, nachdem der Turm dazwischen geht. Lässt sich schon relativ schwer verhindern. Aber ich glaube, das war trotzdem gerade ein Einsteller wegen Damenschlägt E7. Aber okay. Ja, wir haben verschiedene Drohungen. Wir drohen auch einfach den Turm wegzuziehen und dann Schach damit zu geben. Wir drohen einfach zu verstärken. Und hier hat man jetzt eigentlich gesehen, wer hier den sicheren König hat, glaube ich. Ne, nur ein kleiner, arroganter Spruch. Aber also hier, die Partie ist wirklich bis jetzt sehr glatt gelaufen. Wobei ich, glaube ich, gerade einfach eingestellt habe. Also muss man auch gleich analysieren und kritisch betrachten. Aber, ja, hier 2000 auf Leechers. Typischer Fehler, würde ich jetzt sagen. Will jetzt nicht, also 2000 auf Leechers ist natürlich ein krasses Niveau. Aber Schwarz hat hier so sich gar nicht um wichtige Prinzipien geschert. Und ist direkt hier, direkt in Königsangriff gegangen, ohne selbst den König irgendwo hinzustellen. Und funktioniert ganz gut, wenn man, wenn man manche so YouTuber schaut oder so, sagen ja, okay, Rochade ist überbewertet und wir laufen mit dem Harry, dem Haarbauern und setzen matt. Das stimmt, das funktioniert auch häufig gut. Aber auch, wenn man wirklich stark werden will, muss man gut einschätzen können, wann man rochiert, wann man nicht rochiert. Und ich würde euch raten, wenn ihr so unter 2000 auf Leechers habt, rochiert. Also ich, Rochade ist absolut wichtiger Zug, das wird nicht umsonst immer wieder gesagt. Und würde ich nicht darauf verzichten, außer es ist wirklich eine konkrete Variante, die ihr kennt. Oder ihr seht auch einen konkreten Weg, wie das funktionieren kann. Okay, Läufer H6, entweder zieht der Turm dazwischen, das ist natürlich gut. Können wir zum Beispiel unseren Turm einfach wegziehen. Oder die Dame opfert sich, schlagen wir zurück, König schlägt den Turm. Dann hat Schwarz Läufer und Turm bekommen für die Dame. Aber der Angriff danach ist auch nicht schön schwarz. Turm G7, ja, unser Turm hängt gerade, Vorsicht. Hier auch, wenn jetzt viel Zeit ist, dann rechnet man Schachschlag Drohzüge. Wir spielen hier einfach was ganz Solides, nämlich Turm E1 zum AE1 und verstärken die Stellung. Das hier läuft uns nicht davon. Wenn es sich ergibt, würde ich ganz gerne noch mehr Druck auf den Turm aufbauen, um nicht nur eine Qualität zu gewinnen, sondern noch mehr. Beispiel, Springer, wahrscheinlich kann der Läufer ausmachen. Wobei Springer F4 und Springer H5 dann auf Läufer schlägt, sind wir auch nochmal auf den Turm drauf. Also das ist eine wunderschöne Stellung. Okay, wir rechnen direkt Schachschlag Drohzüge. Turm schlägt F7, ist ein Schachzug. Unten schlagt Zug gleichzeitig. König schlägt, einziger sinnvoller möglicher Zug. Sonst ist direkt Materialverlust. Wenn wir dann zum Beispiel den Turm nehmen. König schlägt, das ist eine Variante. Die kommen wir auch zuerst über Läufer schlägt. König schlägt, dann den Läufer schlagen. Dann haben wir ganz schön aufgeräumt. Dann haben wir das einfach abgetauscht. Wir haben nichts gewonnen, sondern abgetauscht. Je nachdem steht der König am Ende aber auf F7 oder G7. Das können wir uns also visualisieren. Alles ist weg. Nur der schwarze König steht auf F7 oder G7. Und in der Stellung wähle ich mal zuerst das Feld F7 für den König. Dann würde ich Dame H7 spielen. Schach. König muss nach F6 oder nach F8. Okay, jetzt kommt ein Zug, der uns eigentlich hier... Den Turm nehmen wir direkt raus, weil der hätte sich sonst bewegt. Und jetzt schlagen Schach. Hier gibt es einige Züge zu rechnen. Auch Dame H5, auf dem Dame G6 wahrscheinlich nicht funktioniert. Wegen Dame Turm E7 Schach. Aber wir haben hier wirklich zu wenig Zeit, als dass man das jetzt hier ausrechnen sollte. Weil mit 30 Sekunden auf der... Oh, wir haben Qualität und zwei Bauern mehr. Glaube ich zählt hier jetzt einfach nur noch die Sache solide nach Hause zu bringen. Okay, was brauchen wir? Am besten noch eine Figur. Hier Springer F4. H5, Springer G6. Verschiedene Ideen der Stellung. Vielleicht ist jetzt das Schlagen auch attraktiver geworden nach König, Schlägt Dame H5. Sieht wirklich sehr gut aus. Mein Gefühl sagt, dass das hier in der Stellung eine Drohung ist. Aber man soll sich nach Gefühl spielen. Vor allen Dingen nicht in so einer gewonnenen Stellung. Da wollen wir doch einfach die Sache so solide wie möglich nach Hause bringen. Weil unser materieller Vorteil reicht. Und hier spricht eigentlich genau dafür, die Damen zu tauschen. Ich weiß, viele Leute würden das hier nicht machen. Ich mach das aber. Ich will einfach nur den Punkt. Und mir ist da relativ egal, ob es jetzt am Ende schön aussieht oder nicht. War es nicht immer. Ich gebe zu. Ich habe einige schmerzhafte Langzeitpartien gehabt, wo ich noch super gewonnene Stellung, die man einfach hätte abwickeln können, noch verloren habe. Und war ein bisschen so, ja, Konditionierung, dass das weniger geworden ist. Vielleicht werdet ihr die Erfahrung auch machen. Ich kann euch versuchen, schon mal zu raten. Ja, nehmt die gewonnene Stellung einfach mit nach Hause, indem ihr möglichst solide spielt. Wir haben hier Qualität plus drei Bauern. Das ist, also, viele würden es auch nicht mehr weiterspielen mit Schwarz. Dass hier Schwarz weiterspielt, ist natürlich völlig legitim. Ist ein Spiel und jeder kann entscheiden, wann man aufgibt. Aber, genau. Okay. Wir haben jetzt, jetzt habe ich hier ein bisschen geredet und nicht die präzisen Züge gespielt. Das wird sich jetzt ändern. Ähm, H4, Vorsicht, wir müssen aufpassen, dass wir nicht matt gehen. Äh, mit, okay, ähm, hier. Okay, einzige Drohung, die es hier überhaupt noch gibt, ist zum Beispiel schlagen und dann matt setzen. Spiele ich den. Und stelle eine Falle auf König H2. Wenn der Turm runtergeht, setzen wir matt. Wenn nicht, kann ich mir auch vorstellen, also ich will wirklich hier gar kein Risiko mehr eingehen, einfach einen Bauern zu opfern, nicht groß nachdenken, damit der König hier jetzt eine Fluchtroute hat. So, jetzt haben wir zwar einen Bauern verloren, wir hatten aber auch Quali und drei Bauern mehr. Und, ähm, auf Schlagen kommt übrigens auch, ähm, Turm E7, Schach. Dann kommt König D8, dann können wir den Läufer nicht nehmen, weil der Turm hängt. Aber, sagen wir, Schlagen, Schach, König D8, nächster Turm, König C8. Okay. Turm B2. König D3, König, König aktivieren. Auch sinnvoll, hier ist kein matt. Wir kommen mit dem König, der hilft uns wahrscheinlich gleich noch. Und, wirklich, äh, ja. Schöne Stellung aufgrund der Aktivität, aber auch hier in solchen Stellung nicht auf, also nicht, nicht fahrig werden, wenn wir jetzt hier noch groß Material einstellen, dann, also zum Beispiel einen Turm, dann wird alles neu gemischt, deswegen passt extrem auf. Okay. F6, die Drohung ist F7, plus Turmschach, plus Dame. F7. Plus Turmschach, plus Dame. Dann, jetzt glaube ich, gibt schwarz wahrscheinlich gleich auf. Oder lässt sich matt setzen, wäre aber auch völlig in Ordnung, versaut uns nicht den Tag. Wir wollen einfach nur den Punkt und über den freuen wir uns danach. Martin, next, ja. Gut, gut gespielt und vielen Dank für die Partie. War auf jeden Fall, denke ich, ziemlich, ziemlich anschaulich. Und jetzt werden wir das analysieren. Nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wie spielt man dann gegen so einen Spieler mit circa 2000? Also ich würde sagen, ähm, eigentlich wie gegen jeden anderen. Aber so nochmal die wichtigsten Punkte und typischen Fehler möchte ich jetzt hervorheben. Bis gleich, danke fürs Zuschauen. So, herzlich willkommen zurück. Ihr seht, kleines bisschen neues Layout. Ich fand's ein bisschen schicker. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. So, ähm, diese Variante hier, genau wie in dem Video erwähnt. C6, hier Springer C3, guter Zug. Ähm, man könnte, man könnte hier Dame B3 spielen. Ähm, wobei das, also, hier funktioniert Dame B6 noch ganz gut. Das nur als kleiner Tipp am Rande, falls hier jemand jetzt die genaue Variante, ja, wissen will. Also Springer C3, E6, hier ist auf jeden Fall Haupttheorie. Und jetzt sind wir hier in der Stellung hier. Die wird zum Beispiel gespielt. Eine Sekunde. So, Entschuldigung. Die wird zum Beispiel gespielt von, ja, mit Weiß. Kramnik, Kramnik, Van Veli, Kramnik, Kramnik, Hikashina, Hikishina. Sorry, das ist, äh, nicht gut. Das sind sehr, sehr bekannte Spiele. Und wenn man, ich bin ehrlich, wenn man einfach die ganze Zeit immer nur liest, ich schaue sehr wenig YouTube und auch sonst wenig, sollte ich vielleicht mehr machen. Aber ich, ich lese eigentlich am liebsten Schachbücher oder Zeitschriften oder Chess-Publishing-Artikel und so. Ähm, man merkt vielleicht auch an dem Kanal ein bisschen hier, dass ich nicht den größten Wert, also, auf so irgendwie Klatsch und Tratsch oder sowas lege oder auf das aktuelle Weltgeschehen oder die aktuellen Spiele oder so. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass es einfach nicht mein Fachgebiet ist. Ich, ich lese einfach sonst viel über, über das Spiel an sich. Okay, genau. Oder Van Veli, den kennt man natürlich auch. Okay, ähm, so. Also, das wollte ich nur sagen, dass die Variante sehr höchst relevant, ähm, und in dieser Stellung hier habe ich jetzt E3 gespielt. Das ist ein guter Zug, der ist der zweithäufigste. Häufigste an der Stelle ist Dame B3. Habe ich jetzt hier nicht gespielt gegen den Spieler mit 2000 wegen Dame B6. Und jetzt hier, äh, geht man dann in Damentauschvarianten, ähm, mit C5 zum Beispiel. Was ganz cool ist, aber hat auch noch eine Remit-Tendenz. Aber es, es, es ist völlig in Ordnung. Mit E3 lasse ich die Stellung relativ, ja, kompliziert, gebe aber einen Teil meines Vorteils her. Hier auf jeden Fall so, eigentlich an irgendeinem Punkt H6 spielen ist so mein, weil ich spiele dieselbe Stellung auch mit Schwarz, ist so meine, meine, meine Methode mit Schwarz zu spielen, um den Läufer zu behalten. Dann hat Weiß aber relativ angenehmes Spiel aufgrund besserer zentraler Kontrolle. Weiß will mal irgendwann E4 durchdrücken. Ähm, das nicht, also es ist super spielbar mit Schwarz, äh, mache ich auch sehr gerne. Aber, ähm, das 0-0, das die Engine hier gibt, sieht man in der praktischen Realität, denke ich. Also, Weiß hat meist leicht einen Vorteil, aber ich kann natürlich nichts gegen, gegen eine Engine-Bewertung sagen. Kurze Rohade, Springer GF6 und jetzt hier Springer H4. Ähm, hier gibt's noch einige Spieler mit 2.4, 2.5, die das so genau auf dem Brett hatten. Auch 2.6, ähm, ja. Läufer G6 ist jetzt hier, also führt jetzt wieder in eine, in eine, in eine viel größere Variante. Und lustig, sehr lustig ist hier, das ist hier mit Abstand die Hauptvariante. Also, 405 Partien in der meiste Datenbank. Ähm, und in diesen 405 Partien, zum Beispiel, war, mit Weiß, Karuana, Kramnik, Topalov, Gelfand, Rajabov, Ding. Weil's nun, geht weiter. Da stehen auch noch Namen wie Navara und Ivanchuk. Ähm, die spielen hier G3. Das ist schon ein sehr, sehr prophylaktischer Zug. Ähm, macht aber also jetzt absolut Sinn. Also, damit haben wir auch die Frage beantwortet, ob lieber G oder H3. Der Weißfeldrige Läufer, denke ich, kann auch dieses Loch hier ganz gut stopfen. Und, ja. Ich denke mal also hier, dass man nicht unbedingt G3 spielen muss. Ähm, die Struktur ist relativ solide. Man kann bestimmt auch vieles anderes machen. Ähm, das Tauschen, Tauschen, was ich gemacht habe. Ähm, für 2.5, die Struktur. So, zum direkten Ausgleich. A3, wir landen halt in der Karlsbader Struktur. Die ist bekannt dafür, dass die relativ ausgeglichen ist. Bei besten Spiel beider Seiten. Aber ich, Karlsbader Struktur, kenne ich mich einfach aus. Ähm, da weiß ich genau, was ich machen muss. Ihr hoffentlich auch, wenn ihr den Kanal, ähm, verfolgt. Es gibt auch eine eigene Playlist zur Karlsbader Struktur. Wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr eine Menge an Eröffnungen spielen. Eine Riesenreihe eröffnet sich dann für euch. Und dann müsst ihr nur noch Strukturen spielen. Dann sieht das vielleicht so aus wie hier in der Partie. Ähm, ja. Schaut euch das gerne an. Und wenn ihr an sich honoriert, was ich mache, Liked und abonniert den Kanal, wenn ihr was übrig habt. Kleine Spende, wäre krass. Damit C7. Äh, G3. Das war auch völlig in Ordnung. Und die Stellung ist relativ ausgeglichen. So, jetzt nach Springer E4. Ähm, sagt die Engine, nehm den raus oder spiel F3. Ähm, ja, F3 passt ganz gut ins System. Ähm, tatsächlich. Also, dieser Aufbau hier ist nicht so selten. Sieht man recht häufig. Dann haben wir einfach unsere Bauern nach vorne geschoben. Weil die sind ja alle sicher, gut gedeckt. Jeweils irgendwie häufiger, als sie angegriffen sind. Außer der G3-Bauer. Aber das ist hier kein Problem. Ähm, weil das Opfer nicht funktioniert. Wir haben noch einen Springer. Genau. Ähm, und auf Läufer G6 jetzt direkt E4. Das ist auch eine schöne Methode. Dann hat man direkt ziemlich fetten Vorteil. So 1,3 Bauern. Ähm, okay. B4 ist sehr schematisch. G5, das hat mich jetzt, äh, also hier sagt die Engine auch, nimm den Läufer bitte mit. Ähm, habe ich hier an dem Punkt vergessen. Ähm, Läufer G6 ist trotzdem nicht so toll. Ähm, direkt H5. Aber, ja, dann würde ich auch wieder den Läufer nehmen. Läufer G6, B4. Äh, B5 war hier auch nicht der beste. Bester Zug wäre hier direkt mit E4 zu spielen. Also genau richtige Idee. Ist mir ein bisschen zu spät aufgefallen. Aber der B5-Minoritätsangriff macht in, deswegen habe ich auch gesagt, Pläne vermischen, macht zusammen mit E4 keinen Sinn. E4 ist ein super dynamischer Angriff, mit dem ich mir auch bereit bin, Isolani zu schaffen, mit der ich hier alles aufreiße, Linien öffne. Ähm, dazu passt nicht der Minoritätsangriff. Die Minoritätsangriff spielen wir, ähm, in einer normalen Karlsbader Struktur, sowas wie hier. Einer hat die halb auf eine C, andere die halb auf eine D-Linie. Dann kann man Minoritätsangriff gut spielen, eine Schwäche schaffen, dann kontrolliert drauf gehen. Aber nicht, wenn wir die ganze Stellung aufreißen, dann juckt im Prinzip niemanden diese Schwäche hier auf C6. Ähm, genau, weil es viel größere Themen gibt. Wie zum Beispiel auch der Isolani hier, dann haben wir ja auch eine genauso starke Schwäche. Okay, H5 war jetzt hier, äh, hat mir jetzt, äh, geholfen, weil auf H5 ist E4 extrem stark, ähm, weil H5 die Stellung jetzt nicht absichert. Besser wäre zum Beispiel H6, dann ist E4, ähm, der Zahn gezogen worden, ist immer noch, immer noch spielbar, aber, ähm, der Punkt ist jetzt einfach gedeckt. Also zum Beispiel hier irgendwie Springer schlägt, hätte ich auch gespielt, ähm, Springer schlägt, ähm, Läufer schlägt. Haben wir jetzt den Bauern geopfert, haben aber ausreichend Kompensation. Das ist relativ wichtig zu erkennen. Entschuldige spielt hier F3, Läufer zieht und F4. Ähm, und dann öffnen wir Stellung, haben den deutlich sicheren König und jetzt, ähm, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr, weil die Stellung ruhiger ist, weil wir jetzt nicht direkt nochmal Bauern tauschen oder Bauern rausnehmen, damit die Stellung mehr öffnen, ähm, ist vielleicht noch der Minoritätsangriff hier ein bisschen bedeutender, den wir hier schon erfolgreich durchgekriegt haben. Also es ist eigentlich eine riesen Errungenschaft. Deswegen Pläne vermischen ist gefährlich, aber hier hat's gut geklappt, weil einfach E4 an der Stelle mit so viel Power kommt. Springer G4 ist dann, ist dann schon wirklich aus. Ähm, der Tausch war nicht das Beste. Die Engine spielt hier Springer H4, übt Druck auf den Läufer aus. Ähm, und dann ist das Nehmen natürlich noch ein bisschen stärker, wenn wir hier auch noch einen Bauern stehen haben und der Läufer uns auch gar nicht mehr angreifen kann. Ähm, ja, und wenn der Läufer zieht, dann nimmt die Engine raus und das ist dann eine verbesserte Version. Ähm, so wie ich gespielt hab, neben dem Dame schlägt, wäre jetzt hier an der Stelle Zug F5 relativ stark geworden, hätte ich Dame E2 gespielt. Ähm, also was heißt stark? Wir stehen immer noch auf Gewinn. Ähm, aber jetzt hat Schwarz hier ein bisschen eine Festung und äh, jetzt spielt zum Beispiel irgendwie Springer B6 und wenn wir jetzt angenommen, würde ich nicht machen, aber mit F3 anfangen zu hebeln, kann es sein, dass, äh, Schwarz hier mit den Figuren ein bisschen Gegenspiel kriegt. Aber das ist wirklich jetzt schon auf sehr hohem Niveau analysiert. Ähm, in der Partie kam Turm G8 und nach Springer schlägt E4 stehen wir wirklich, also plus 8 Bauern, plus 10. Das ist, äh, jetzt hier nicht mehr so interessant, weil wir einfach jetzt mit den... Oh, genau, das war der Einsteller, das ist vielleicht schon interessant. Also, hier kann man wirklich alles machen. Äh, einfach Dame wegziehen, dann Mats setzen. Da habe ich mir sofort aufgefallen, der Turm E7, ähm, muss Schwarz unbedingt Schach, Schlag und Droh zu gern. Und schon der erste Schlagzug hier nämlich einfach rausnehmen und dann haben wir ein fettes Problem, weil wenn wir die Dame zurücknehmen, hängt unsere und wir haben einfach mal einen Turm eingestellt. Ähm, ja, dürfte man jetzt nicht die Dame nehmen. Dame F4 spielen weiter, versuchen aktiv zu spielen und dann, äh, ja, mit, mit, mit einem, äh, mit einem Turm weniger. Ähm, versuchen anzugreifen und das ist so, wenn Schwarz hier einen falschen Zug spielt, also zum Beispiel ist es auch die Dame E6, stehen wir nach Turm E1 schon wieder völlig auf Gewinn, aber, ähm, ja, darf nicht passieren, mir auch nicht. Also, natürlich, nach so einem Zug muss man den Schlagzug anschauen, war, äh, bisschen unnötig, dass es so gekommen ist, ärgert mich auch, aber hat jetzt hier glücklicherweise, wirklich sehr glücklicherweise, ich denke mal, dass gegen 2-2, ähm, der ein bisschen nachdenkt oder auch gegen den 2000er, der sich mehr als, als eine Sekunde Zeit nimmt, ähm, ist das eigentlich eine gegessene Sache oder zumindest ist der Turm dann weg. Ja, okay, und hier haben wir es dann schön verwertet. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr an manchen Punkten dachtest, ey, ich komm hier nicht mit, dann schaut doch mal rein. Ich hab einen Anfängerkurs erstellt, ähm, der wirklich sehr gut ist. Feedback ist, äh, kommt immer mehr rein, ist wirklich, äh, grandios. Äh, wie gesagt, ist für Anfänger, ähm, und Leute, die einfach mal ein Fundament haben wollen, nicht unbedingt für jetzt den Spieler, der davor, der jetzt kurz davor ist, die 2000 zu knacken oder so, auch nicht auf Leechers, ähm, würde sagen, so alles unter, nach dem neuesten Feedback, was so kam, alles unter 1600, 700 auf Leechers. Bringt euch dieser Kurs enorm viel da drüber, maximal zur, ähm, ja, um das Wissen ein bisschen zu, mit, also, um Fundament zu bauen. Das ist ein ziemlich gutes Wort, weil man hat, wahrscheinlich die meisten, die hier schauen, hatten jetzt nicht eine professionelle Schachausbildung und haben deswegen automatisch Lücken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich jeden Tag über euch, über eure Kommentare, dass ihr hier seid und bin heute echt ein bisschen gehypt, weil wir eine coole neue Videoserie hier bald sehen werden. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.